Parasite Eve 2 Parasite Eve 2 Parasite Eve 2 Ja, tatsächlich. Oh Gott. Was haben wir hier? Eine Holzkiste. Drin sind Patronen. Hydra-Muni. Eine Muni-Kiste. Ja, sehr schön. Einfach mal so an einem Transformator. Tatsächlich. Ja. Eine Muni-Kiste versteckt. Boah, Leute. Das ist schon krass hier. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Gut, gehen wir mal hier hoch. Wir machen... Ach, du Heilige. Was ist das denn da? Oh, Mann. Gut, Leute. Das ist auch so ein Ding, wie wir vor zwei Folgen hatten. Das hier bringt nichts. Weil das heilt sich wieder. Das ist auch wieder so eine Dynamo-Vie. Ach, du Heilige, Leute. Was macht ihr denn hier? Das ist so brutal, wirklich. Ah, scheiße. Ja, ich habe vergessen, hier diese Maschinen auszumachen. Werde ich beim nächsten Mal im Bunker definitiv machen, Leute. So, zack. Zack. Ah, zack. 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 Mach die einfach kaputt hier, diese Kameras, Leute. Boah. Nein, noch nicht. Noch nicht. So, da, genau. Und ja, Leute. Genau. Was sagt sie hier dazu? Ein Lebenserhaltungssystem. Ich muss es zerstören. Okay, Leute. Ich glaube, das Ding muss kaputt gemacht werden. Schaut euch das mal an. Wie viel das Ding aushält. Vier Schrottschüsse. Oh, das ist so... Das ist so eklig, Leute. Wirklich. Was für Geräusche das Ding macht. Oh, widerlich. Wirklich. Weißt du was? Mach einen... Mach einmal Kompasschen drauf hier. 200 nur. Ach, du Scheiße. Oh, um Himmels Willen. Die Barriere ist weg. Ich spüre ganz unten nach Energie. Ach, du heilige Leute. Oh, um Gottes Willen. Die Musik ist zum Glück weg. Item erhalten und ein Bonus. Oh, Ringerlösung. Wir können beides nicht... Moment mal. Acht Granaten. Ach, mein Discord ist wieder an. Ähm, Hydra Money. Die werde ich auch brauchen, leider. Oh, Leute. Das ist so viel. Muss ich jetzt ernsthaft zwei MP-Rassers zurücklassen? Ne, lass ne Cola. Komm. Lass ne Cola liegen. Und nimm die Ringerlösung mit. Los. Oh, ich hab so viele Items, ne? Ich komm damit gar nicht mehr klar. Gut. Ja, hier ist jetzt Ruhe, ne? Hier ist jetzt nichts mehr mit Strom. Als die NMC starb, konnte ich ihre Gedanken lesen. Ein Leben mit Präparaten. Ein Leben ohne Schmerzen. Ich war glücklich. Was hab ich denn verbrochen? Ich war für die anderen da. Ich will nicht sterben. Ähm. Ein Wesen, das Leben schenkt, eine Maschine, die den Tod meidet. Aha. Sie war beides und doch keines davon. Man kann Begierden nicht mit Scheinheiligkeit vertuschen. Sie gewinnt nichts, verliert aber auch nichts. Wie feige. Unter Leben verstehe ich was anderes. Armes Vieh. Ja, das war schon, äh, echt heftig, ne? Da wurden einfach echt so Experimente mit denen gemacht. Und die konnten, die wurden einfach manipuliert. Mies. Richtig mies, Leute. Alles voll hier. Naja, gut. Leute. Dann machen wir halt nochmal eine Gegnerrunde. Was ist denn daran so schlimm, hä? Hier? Ah, hier ist noch nichts. Okay, das ist schon mal gut in dem Wasser. Aber ich hab auf der Insel schon wieder was gesehen, ne? Ah, auf der Insel sind auch wieder Gegner. Naja, gut. Och, Mensch, Discord. Jetzt hör doch mal auf. Naja, Leute. Ähm. Äh, lass uns hier raus. Lass uns einfach hier raus. So. Hier ist wieder was, ne? Ja, natürlich ist hier wieder alles voll. Ich... Ich hab's doch gewusst. Gut. Dann. Ah, Feuerball. Bam. Drei Stück. Drei Feuerbälle, Leute. Richtig gut. So. Kommt ihr erstmal hier raus? Ja. Seht ihr jetzt mal diese drei Feuerbälle hier? Bam, bam. Genau. Hahaha. Sehr schön. Ja, die Feuerball haben wir hier letztens mal auf Level 3 gebracht. Und, ähm, jo. Dann würde ich sagen, äh... Wir haben eine Barriere zerstört, Leute. Verdammt interessant. Eine Mitochondrien-Barriere. Oh. Uh. Das hab ich ganz vergessen. Hier sind ja die Schleimdinger. Schau mal. Schau mal die an. Erinnert ihr euch? Hä. Genau. Hier mach einfach mal Nekrosis drauf. Bats. Sehr gut. So, Leute. Das haben wir. 60 MP, 60 HP für einmal, äh, Nekrosis feuern. Heute Toiletten. Die brauch ich sowieso nicht. Alter Schwede. Meine Güte. War hier noch irgendwas? Nö. Jetzt sagt sie schon gar nichts mehr, ne? Ne? Gut, Leute. Wir müssen tatsächlich noch zweimal, ähm, dahinlaufen. Zu der Pyramide. Das ist echt... ...zeitaufwendig. Aber ja, was soll man machen? Das ist halt so, hier. Ach, du heilige. Wie viele Käfer. Ah. Ach, verdammt, Leute. So, liegen jetzt bald mal alle. Ja. Das ist die effektivste Methode, um diese Käfer hier Platz zu machen. Wirklich. Ey. So. Die haben mich zum Glück nur einmal gebissen. So. Leute. Ach, Mensch. Ich mach gleich Pause und mach den Discord aus. Also wirklich. Nein, Quatsch. Gut, Leute. Dann müssen wir ja eh noch einmal dahin, ne? Und Gegner machen. Ähm, ja. Leute. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mal in den Angriff. Ich glaube, hier waren ja die, äh... Genau, hier waren die. Ähm, gut. Dann. Nehmen wir die Granatenpistole. Und schießen wir da drauf. Da los. Drei Granatenprofi. Ja, geht schon. Ich muss mir sowieso bald neue kaufen. Hä. Fast schon soweit. Einfach kurz einen Prozess machen mit den Dingern, wirklich. Da ist noch einer. Oh Mann, oh Mann. Leute. Ihr wollt unbedingt verhindern, dass ich die Barriere durchbreche, ne? Ich merke's schon. Die brauchen komischerweise nur zwei Granaten. Sehr interessant. Gut. 2200 EXP haben wir schon wieder. Wir werden echt vorbereitet, ne? Auf irgendeinen Endkampf. Da ist noch einer. Meine Güte, wo kommt ihr denn alle her? Ich hab euch doch beim letzten Mal schon gekillt hier. Gut. Dann weg mit dem. Ich find das so geil, wie ich's den Oberkörper zerfetzt. Gut, Leute. Jo. Dritte Folge in der Neo-Arc. Vier Stück. Bitte was? Vier Stück. Das wusste ich aber jetzt gar nicht mehr, dass hier vier Stück rauskommen. Meine Güte. Vier Gegner. Wow. Wir bringen halt ESP, ne? Ich kann bald wieder was leveln, tatsächlich. Ja. Richtig gut, Leute. Oh Mann. Jetzt sind hier schon wieder Käfer. Gut. Dann nehmen die Ass 12. Und hier. Backshots. Ach du, ach du Heilige. Da oben hängt was. Ich seh's doch. Komm mal runter da. Los. Komm mal runter, du blöder Wurm. Du kannst mich nicht erschrecken. Gut. Dann mach hier mal Combustion drauf. Die Würmer. Das bringt ja einiges, ne? Hehehe. So. Weg damit. Kurzen Prozess hier. Hehehe. So. Leute. 8 MP. Na gut. Gut. Wir sind noch einmal hier bei der Pyramide. Ähm. Genau. Leute. Wir müssen jetzt noch einmal kurz auf die Insel. noch zweimal die Cutscene da sehen. Aber ich glaube, die kann man wegdrücken. Hehehe. Ein Hebel. Sinken. Ja, wobei, das kann ich nochmal nutzen, um nochmal hier Apollinaris zu trinken. Hehehe. So. Leute. Genau. Ach ja. Genau, da haben wir es auch schon. Hehehe. Die kann man auch nicht mal wegdrücken, ne? Die Sache. Die Sache kann man auch nicht mal wegdrücken. Alles klar. Hehehe. Okay. Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück auf die Insel jetzt, ne? Ähm. Ja. Was gibt es sonst zu erzählen? Äh, ja. Erste Mai-Feiertag war vor zwei Tagen. Ähm. Viele, viele Leute haben wieder Mai-Bäume gekauft ohne Ende. Und, ähm. Ja. Und hey, die Kloppapiersituation beruhigt sich mal so langsam bei uns. Das ist unfassbar. Wir waren letztes Mal im Rewe. Und, ja. Wir haben Klopapier gesehen. Und das nicht so knapp. Wir haben... Ich... Ich muss mich echt zwicken, weil ich dachte, ich träume. Wir haben echt Klopapier gefunden, ey. Das ist so krass. Nach einem Monat der Hamsterei endlich mal wieder Klopapier. Ja, ich weiß, geiles Thema, aber es ist halt tagesaktuell, ne? Gut, Leute. Wir sind gleich da auf der Insel. Ähm. Ja. Wie sieht es bei euch aus mit Klopapier? Habt ihr noch genug? Konntet ihr welches kaufen? Erzählt mal. Und, ja. Was gibt's hier für Gegner? Dickerchen. Ah. Ja, stimmt. Das sind diese dicken mit dem grünen Gewand hier. Boah. Drei Feuerbälle. Richtig gut. Ah. Der sprüht irgendwas. Okay. Gut, dann mach hier. Los. Drei Feuerbälle. Los. Bam, bam, bam. Genau. Und direkt weg damit. Hä. Sehr gut. Jeden EXP-Punkt mitnehmen hier. 400. Nach dem nächsten Raum können wir schon... Können wir schon, äh, jo. Leveln, wollte ich gerade sagen. Genau, leveln. Ach, aber Moment. Ich glaube... Ich muss das nicht nochmal zurückfahren. Ne, 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 Leute. Ich muss... Hä? Da ist noch rot? Warum ist da noch rot? Ach, ernsthaft. Da unten drin, ne? Da, wo wir den Bosskampf hatten, hier. Ach, ich verstehe. Äh, gut. Dann geh hier rein. Los. Mach mal noch eben kurz den Bossgegner hier. Na toll. Super. Gut, dann mach hier einfach hier. So, zack. Zack, zack. Das trifft sogar zwei. Hä? Was ist denn hier noch alles? Hä? Was ist denn hier alles? Äh? Das war's. Okay, sehr gut. Sehr gut, Leute. Ich finde es auch gut, dass sie manchmal nur zwei... Oh, Ringerlösung. Geil. Ich finde es auch gut, dass sie manchmal nur zwei Items... Nur zwei Feuerbälle verschießt. Äh, ja. Das war's hier, ne? Moment. Bleib mal. Können wir leveln? Wir können leveln. Wir können wieder leveln. Ach, das geht so schön schnell jetzt, Leute. Als nächstes können wir hier die Heil... Das Heil... Den Heilzauber. Lifetrain, Leute. Oh, wie geil. Wir sind richtig stark geworden, ne? Lifetrain. Saugt HP vom Gegner ab. Kontrolliert die Mitochondrien eines in der Nähe befindlichen Wesens. Und lässt sie Energie erzeugen, um sie für sich zu nutzen. Ja, typischer, äh, Lifestil. Gar nicht mal so schlecht, ey. Gar nicht mal so schlecht, was hier alles angeboten wird an Zaubern. Die Leiter nach draußen. Was nun? Nach oben. Ich werde euch, glaube ich, alle drei mal zeigen. Alle drei Zauber. So, jetzt ist es aber weiß, ne? Ja, jetzt ist es weiß. Oh, und schaut mal, da in diesem Raum da. In diesem abgesperrten Raum, da ist, äh, rot. Da sind Gegner drinne. Ähm, ja. Sehr interessant. Dass da jetzt auf einmal Gegner drinne sind, ne? Da konnten wir ja beim letzten Mal nicht weiter. Gut, Leute. Aber ich glaube, ich gehe jetzt nicht nochmal zur Pyramide hin. Weil ich glaube, das muss man nicht machen, dass wir hier die Brücke verschieben. Das passiert, glaube ich, automatisch, hä? Das passiert, glaube ich, automatisch im späteren Verlauf. Genau, Leute. Ähm, ich glaube, wir gehen jetzt direkt in das Savannengebiet nochmal rein. Und machen da noch die Gegner weg. Oder, ach kommt, wisst ihr was? Ich schiebe das Ding nochmal rüber. Dann ist es nämlich logischer. Gut. Währenddessen kann ich euch nochmal so ein bisschen was erzählen. Ja, ich habe noch ein paar Abonnenten bekommen in den letzten Tagen. Es freut mich sehr. Also, also wirklich, ich bin jetzt bei 189. Ähm, möchte mich bei jedem Einzelnen von euch bedanken, dass ihr mir so die Treue haltet, sag ich mal. Ähm, ja. Freut mich sehr, wie gesagt. Ich bin auch ein bisschen überwältigt davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass auch die Videos so viel geguckt werden, ne? So, so vier, fünf Stunden am Tag ist da schon ein Schnitt. Das finde ich echt, wow. Das finde ich echt mega, Leute. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Eben. So. Dann macht das mal. Und ja, wie gesagt, also, das ist echt krass. Also, vielen, vielen Dank auch an die Twitter-Community hier an dieser Stelle. Ähm, der Support da ist echt mega. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Twitter-Familie rockt. Seid alle mal gegrüßt hier. So. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir das Ding doch wieder verschoben. Und, jo. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Savanen-Bereich, Leute. Wie viele Gegner sind da noch? Zwei Räume. Ja, warum der Raum da noch rot ist, weiß ich nicht, Leute. Ganz ehrlich. Äh, also der Dynamo-Raum. Ich würde sagen, den check ich gleich nochmal kurz ab. Ob da wirklich noch Gegner drin sind. Weil wenn nicht, dann bleibt der halt rot. Dann ist das ein Bug oder so. Ja. Damit haben wir die dritte Folge quasi voll in der Neo-Arc verbracht, ne. Meine Güte. Das dauert ganz schön lange hier. Aber das ist halt ein Haupt-Element von dem Bunker. Und, äh, er ist sowieso so krass, ne. Da oben sieht man die Lichter. Und hier ist voll der Natur-Wald. Schon ein bisschen krass, ja. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in den Orgel-Raum. Haha. Genau, mit dem Vogel-Gezwitscher hier. Genau, hier haben wir ja alle die, die ganzen EMCs kennengelernt, ne. Die Namen und die Eigenschaften. Fand ich auch sehr interessant. Der Mastermind im Übrigen auch. Sei mal gegrüßt hier an dieser Stelle. Der freut sich halt auch, dass, äh, das hier erklärt wurde und alles, ne. Den interessiert das halt auch, wie die Gegner heißen und alles. Ja. Finde ich auch sehr interessant. Kann ich ganz ehrlich sagen. Gut. Ach ja, Leute. Ach ja. Gehen wir mal da durch. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, was haben wir denn hier? Pferde? Was haben wir denn hier? Hier ist ja gar nichts. Ein Pferd. Okay. Direkt Feuerball. Bam, bam, bam. So. Und Würmer. Ei, ei, ei. Okay, Würmer. Äh, da ich keine... Da ich diesmal keine... Keine... Ach, Fireflies habe. Nehme ich Combustion. Bats. Alle weg. Kurzen Prozess machen mit den Dingern. Ohne Scheiß. Einfach MP benutzen, Leute. Statt Muni. So, gehen wir nochmal kurz hier in die Grabstätte rein. Hier waren ja auch noch Gegner drinnen, ne? Skorpione. Tatsächlich. Und Käfer. Ach, du Heilige. Gut, dann mach jetzt mal den Käfer da kaputt. Die machen nämlich mehr Schaden als die Skorpione. So, dann haben wir hier die Skorpione. Ach. Sehr gut. Äh. Ah, da ist der Käfer. Verdammt. Vor allem Käfer, die einem Schaden machen, ne? Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. So, hier. Da ist das Ding. Blutz. Ich hab's so geil, wie die hinfallen. So, Platsch. So, Skorpione. Aus Dryfield. So. Leute. Hier gibt's noch was. Auf der linken Seite. Ach, du Heilige. Ist ja alles verseucht hier. So. Hier. Da ist noch ein Käfer. So. Insekten hier. Also wirklich. Ja, Leute. Hier hatten wir ja das andere Rätsel noch. Ne? Ja. Und jetzt ziehen wir vor dem anderen Dynamo. Ich würd sagen, ich guck einfach mal, ob da noch was drinne ist. Tatsächlich. Da hängen tatsächlich Skorpione an der Decke. Das ist krass, Leute. Das hab ich gar nicht mehr gedacht. Das hab ich voll vergessen, dass hier noch Gegner drinne sind. Gut, dann... Dann stimmt das natürlich. Mit dem... Mit der roten Farbe, ne? Boah, die sieht schon echt krass aus. Schau dich die mal an. So. Gut. Weitere Käfer. Äh. So. War jetzt... War jetzt schön auf den Bauch schießen, ja? So, das war's jetzt aber, oder? Haben wir's jetzt mit der Neo-Arc? Tatsächlich, oder? Wir haben's, Leute. Neo-Arc ist sauber. Du meine Güte. Wir haben's geschafft, Leute. Die Neo-Arc... Ist fertig. Wirklich. Und das Ganze nur, um eine Barriere kaputt zu machen. Eine Barriere kaputt zu machen, ähm... Ja. Die uns, ähm... Am... Die uns hindert. Wahrscheinlich... Hier läuft ja noch irgendwo dieses kleine Mädchen rum, ne? Ich sag mal nichts, aber es wird doch verdammt interessant gleich, ja? Und wir haben 70 MP, Leute. Boah. Du Heilige. Also, wirklich. Wir werden immer mächtiger. Gut, Leute. Folge 3 in Neo-Arc. Aber... Wir haben's geschafft. Wir sind durch. Gut. Da würd ich mal sagen. Wir müssen hier raus. Es war schön. Neo-Arc. Es war schön. Wirklich. Gut. Da würd ich mal sagen. Jo. Wir müssen zurück in den Bunker, Leute. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber wir müssen. Seht selbst. Ach, du Scheiße. Ja. Das ist Nummer 9, Leute. Ich bin jetzt zu. Oh, na. Das war's für heute. Ach du Scheiße, ich will nicht. Ach du Scheiße, ich will nicht. Oh Gott, jetzt wird es heftig, Leute, jetzt wird es heftig. Oh Mann, oh Mann. Es ist sogar alles sauber. Ernsthaft. Wir können direkt da rein. Oh Mann, Leute, ich will nicht. Diese Leute Nummer 9, ey, warum? Warum? Warum machst du sowas? Warum lässt du diese Typen frei? Ach Mann, ich habe gerade schon ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Aber ich will noch mal kurz gucken. Es tut mir leid, Leute, aber ich will noch mal kurz gucken, ob in Dryfield nicht noch Gegner sind. Es tut mir leid. Ich will noch mal kurz gucken. Ich will da noch nicht rein. So. Gut, Leute, die sind ja keine mehr. Wir gehen noch mal kurz zurück. Wir gehen noch mal kurz nach Dryfield. Ich will wissen, ob da Gegner sind. Oh Mann, oh Mann, das macht mich jetzt schon ein bisschen nervös, da diese Typen. Also. Ich habe ja schon Arafang-Schieß gehabt, ne, von denen. Ja. Lass uns kurz gucken. Wirklich, Leute. Ach. Nummer 9, ey. Das ist so ein... So ein Arschloch, wirklich. Da hat er die einfach zum Leben erweckt. Ich weiß zwar nicht wie, und dieses Ding, das sah komisch aus. Aber, ja. Egal, Leute. Lass uns kurz gucken, ob hier in Dryfield Gegner sind. Ich will unbedingt alle möglichen EXPs mitnehmen, weil die, die werden wir brauchen. Die werden wir definitiv brauchen, Leute. Ich sag's euch. Die EXPs. Gut, so als kleine Vorbereitung, weil die Folge, das sehen wir auch erst in der nächsten. Weil, ähm, ja. Die Folge ist gleich vorbei in drei Minuten, deshalb nutzen wir das nochmal gerade und gucken nochmal kurz hier. Och nö, alles frei. Äh, okay. Gut. Wisst ihr was? Wir gehen hin. Wir gehen da hin, Leute. Ja. Lass uns da hingehen. Aber als erstes muss ich sowieso nochmal kurz in die Waffenkammer, ne? Ja, ich suche jetzt noch nach allen möglichen Strohhelmen, um da nicht rein zu müssen. Aber wir müssen da hin. Gut. Dann hole ich mir jetzt noch kurz Granaten. Granaten werden wir sowas von brauchen bei denen. Also, ich kann's euch schon mal sagen, die Typen werden heftig. Die werden echt heftig. Es sind halt Menschen, ne? Es sind halt keine mutierten Wesen. Es sind Menschen. Menschen, die mit irgendwas, äh, ja, bearbeitet wurden. Mit irgendeiner Substanz. Es sah so irgendwie wie so Drogen aus. Und das, das wird krass, Leute. Ehemalige Soldaten, ja. Die haben schon was drauf, die Leute. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir noch rasch zu B1. Kaufen uns Granaten. Machen uns voll mit, äh, Shotgun-Munny. Und Hydra-Munny. Und dann gehen wir da hin, Leute. Dann gehen wir da hin. So. Kurz noch in die Waffenkammer hier. Also in Dryfield war nichts mehr. Kann ich mich, kann ich mich aufleveln? Leider nicht. Boah, wir haben 26.000 BP. schon heftig, Leute, ja. Schon heftig. Gut, hier war ja die Waffenkammer, ne? Genau. Wieder die Musik vom Anfang hier, ey. Diese atmosphärische, toll geile Musik. So, sonstiges. Bringen Flares bei denen was? Ich glaube nicht, Leute. Nee. Ich glaube, die Zeit von Flares vorbei. So, Munition. Wie viele Granaten habe ich denn? Null. Was? Habe ich gar keine Granaten mehr? Habe ich null Granaten? Oh. Tatsächlich. Alter Schwede, Leute. Ich habe null Granaten. Ich muss wieder irgendwas wegschmeißen, ne? Ich brauche die Granaten halt. Hydra-Bugshot und Granaten. Ähm. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Tja. Im Viehwasser Level 2. So leid es mir tut. Es muss weg. Ich habe null Granaten. Ei, 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 ei. Gut, dann kauf mal bitte. 20. 15 mal. 60 Stück. Oder weißt du was? Mach voll. Ich habe ja die Kohle. Mach voll. Ähm. 100 Granaten. 100 Granaten. Die werden wir brauchen, Leute. Die werden wir jetzt brauchen. So, die Ruhe vor dem Sturm. Hier, Bugshots. Und dann noch die Hydras. Die sind sowieso voll, oder? Ah ne, die Hydra benutze ich, oder? Moment. Die Hydra, sind die voll? Die sind voll. Gut, Leute. Alles klar. Dann geht es in der nächsten Folge richtig ab. Das sage ich euch jetzt schon. Weil meine Uhr wird gleich in 10 Sekunden klingeln. Ich gehe jetzt noch kurz dahin. Und dann mache ich die Folge wirklich zu Ende. Gut, Leute. Wir haben uns vorbereitet. Wir haben uns aufgelevelt. Ähm. Ja. Da klingelt tatsächlich schon meine Uhr. Gut, aber ich gehe noch kurz dahin. Und dann, ja. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge da unten wieder. Das ist auch ganz gut, dass ich da jetzt erstmal einen Cut mache. Weil ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Abstand. Als ich die Typen da erwachen gesehen habe. Das hat mich schon echt Angst gemacht. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen. Äh. Ja. Genau. Hier dieser Aufzug, Leute. Hier geht es beim nächsten Mal weiter. Particular Area. Gut, Leute. Dann würde ich sagen. Äh. Ja. Hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Äh. Würde mich sehr freuen. Und, ja. Dann würde ich sagen. Ja, mache ich jetzt hier Schluss. Und dann würde ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.